Wo muss ich überhaupt hin? Äh, kann mich hier wer rausziehen? Ja. Neo? Bin schon unterwegs. Neo, könntest du? Ich glaube, ich komme. Ja, ich stehe aber direkt hinter dir. Ich kann dich aber nicht zählen, den Weg. Das ist dasselbe wie du. Ja, okay, wenn wir auf dem Land stehen. Okay. Oh, wieso hast du den? Ich wollte den auch haben. Maaann. Warum hast du dein Ding durch... Dein Fahrzeug durch die Dingstaffig? Weil ich es kann. Außerdem ist das Ding kaputt. Ich gebe zu, dass es erst kaputt gegangen ist, als ich es versucht habe, das erste Mal aufzuladen, das runtergefallen ist. Aber jetzt ist es kaputt und muss hierhin gebracht werden zum Reparieren. Ich bin der Hüte, 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 der Hüte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh nein! Ich muss mich rausschlängeln Geht doch Jetzt hält diesen Konvoi auf Der Kühlschrank Ich muss mich rausschern ich nehme jetzt zwei mit ich bin mit vier unterwegs also ein hat sich gerade erledigt glaube ich das zieht sich alles wieder gerade ich zählt den kühlschrank auf ich